Willkommen zurück zu Never Alone. Scheiße, ich wollte nicht mit dem Fuchs rumfliegen. Achso, sie kann da noch runter. Den Hinterkopf aufgeschlagen. Kein Problem. Wir sind hart im Nehmen. Man kann nicht schnell fliegen und das Zeug gleichzeitig rufen. Ast rein. Nein. Super. What the? Sind wir jetzt bei Harry Potter? Nein. Wir können wieder nach oben. So wie das aussieht, sonst wäre der linke völlig irrelevant. Und den nach... Ne, auch nach oben. Und das bringt was... Sag mir nicht, ich kann mich hier... Hier, dieses Ding. Das sieht aus, als könnte man sich einhalten, aber... Ne, 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 ne. Ah, okay, wir können ihn noch... Ne, wir können ihn nicht noch weiter nach rechts ziehen. Hä? Gibt's hier oben noch irgendwas? Oh... Ich hätte erst da unten was wegschießen müssen. Kann das? Oh nein! Hey! Der war doch hier schon... Ach, geht doch. Wo soll man das denn auch wissen? Okay. Den triffst du doch, oder? Mois... Ähm... Alles klar? Gruselig! Ach, das ist ein... Okay. Okay. Ich dachte mir, der hält der an und wir haben Zeit. Nope. Oh, dann sagen wir mal... Hallo? Wieso kann ich denn da auf einmal nicht mehr rüber? Oh, du Hurenwind! Du Hurenwind! Du Hurenwind! Oh, mien! Ach, Gott sei Dank. Immerhin. Dann packen wir den wieder nach oben. Ey, ich... Ich sag's, äh... Gerne wieder. Zu zweit das Spielen wäre sehr viel angenehmer. Oh, halt, du musst dich da einmal kurz hinreden. Okay. Wuh! Oh, warte. Muss ich... Muss ich den Baum nachher auch nochmal erreichen? Hier drüben? Kommt der... Kommt der Baum da wieder? Oh, das würde mich nicht wundern, wenn wir da hier wirklich noch rum müssen. Aber wobei... Aus den Augen außen Sinn eigentlich. Ne, da hinten kann man nicht mehr drauf. Wui! Nein, Baum irrelevant. Das ist gut. Hier oben... gibt es keine Eule. Wui! Hey, der Baum hat auf uns gewartet. Das ist ja nett. Woah! Was geht mit ihm? Wie geht mit ihm hin? 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 Wann? Was ist der Baum? Also, wie geht mit ihm hin? Okay, da geht es mit ihm hin. Der Baum ist hier noch nicht rein. Aber das ist ja auch ganz schön. Wofür ist dann das Ding? Habe ich wieder irgendwas verpasst? Hätte ich mal da hochkommen können? Was? Ja, warum und wie viele? Weh, da hinten war irgendwo eine Eule versteckt. Ne, da kommen wir nicht mehr hin, schade. Hallo, ruft die Scheiße da oben runter. Was ist denn hier? Ey, das Spiel ist schon teilweise echt ein bisschen buggy. Aber das geht nicht weiter runter, oder? Okay. Die Scheiße ist einfach nur im Weg. Wir müssen es nicht nach unten, sondern nach oben packen. Ich dachte, wir müssen da drauf, oder wir müssen einfach drunter jumpen. Naja. Wenn das so ist, dann machen wir das doch mal. Ja, das sieht doch schon besser aus. Gleiches Spiel mit ihm hier? Er geht nicht nach oben, also muss ja nach unten. Ah, 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 ahm. Hui. Oh. Ja gut. Dass ich da noch gesprungen bin, das hat ihn nicht wirklich interessiert. Aber wir sind wieder hier und kommen trotzdem nicht da nach oben, richtig? Ja. Crap. Dann machen wir die Scheiße halt nochmal. Kein Problem. Easy as that. Gerade so. Gerade so. Nicht den Wind erwischt. No. Wee. Okay. Wir nehmen an mich selbst. Schneller springen. Bringt das was, wenn ich den schon mal hier nach rechts hole, den Ast? Oh. Jetzt wollte ich eigentlich auf den rechts, aber... Können wir ihn ein bisschen weiter nach oben packen? Nee. Toll. Wieder irgendwie sowas verpasst. Du musst weiter nach oben, nach unten? Ich hab keine Ahnung. No. Nicht schon wieder. Muss ich jetzt die ganze Scheiße nochmal machen? Nee. Immerhin. Okay. Dann versuchen wir mal, mit ihm ein bisschen vorzufliegen. Was? Goodie. Was? Toll, jetzt gehe ich hier wieder unter. Was ist denn das denn? What the fuck? Ich war da schon ganz oben und das hat mir immer noch nicht gereicht. Man, was will das Spiel von mir? Das soll sich nicht so anstellen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Vielleicht hätten wir die anderen zwei gar nicht bewegen sollen. Ja, das kann sein. Na gut. Aller guten Dinge sind drei, sagt ich. Geduld. Und das Ding. Ach, man kann die Scheiße auch noch nach rechts. Das ist vorher nicht nach rechts gekommen, oder? Moment, da mag ich den aber noch immer ein bisschen nach oben. Und nun? Das Ding hat auch Augen. Gruselig. Du springst von da oben. Na, komm her. Äh, ich kann das nicht rufen? Doch, jetzt schon. Ich kann das manipulieren, wenn der Wind nicht... Hä? Das muss ich mir jetzt mal kurz einer erklären. Das Ding lässt sich bewegen. Geht dann aber wieder zurück. Und ich kann da nur rüberspringen? Ach, das ist egal. Warum kann man da... Was? Was zum Henker? Oh, geht's noch langsamer? Jeez. Und jetzt wieder nach oben? Oh, 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 oh. Gut, dass das keinen Schaden macht. Aber hier gibt es doch keine Geister, oder? Man kann es nicht schieben. Moment. Ach, man kann auch Feuer ausschießen. Nicht nur Eis, sondern auch Feuer. Na gut. Da ist die kleine Hure. Natürlich. Lauf einfach direkt dran vorbei. Was war das denn? Was war das denn? What the hell? Was? Was? Willst du mich verarschen? Kann ich dir mit dem Geist irgendwas? Nee. Okay. Hallo? Kann ich mit dem... Ach, ich war gar nicht auf dem Geist. What the fuck? Ich bin doch... Oh man, ey. Okay. Geist ahoi. Kann ich den wieder nach unten packen? Oh. Lauf doch! Bleib doch nicht stehen, du blöde Hure! Du dumme Nuss, ey. Lauf doch einfach weiter. Also manchmal. Das wird sich schon ein bisschen Banane. Oh, ich wollte gerade sagen, können wir den da oben abschmeißen? Aber naja. Der muss erst mal runterkommen. Oh. Dass da der Schnee darauf nicht schmilzt, ist auch ein Wunder. Oh nein, falsch. Falsch, falsch, falsch. Teste. Cheese. Wir machen es uns ja einfach gemütlich als Geist. Ein Problem. Oh, wow. Ja, und nu? Und nu? Und nu? Hier gibt es nichts zu machen. Toll. Wie willst du denn da reagieren, um das Ding hier zu holen? Na gut, einfach so drauf. Und dann? Okay, ich verstehe schon. Erstmal hier nach... Oh nein! Oh. Er macht das linke gar nicht kaputt am Anfang. Oh, jeez. Sollen wir dann einfach hier erstmal so bleiben? Uff. Toll. Na, wenigstens ist... Oh, ist alles schon weg? Keine Ahnung. Immerhin stehen wir da schon mal richtig drauf. Moment, sollen wir jetzt nochmal irgendwie ausweichen? Ey, wie will... What the fucking hell? Der Part, der fails. Aber so richtig... Oh. Oh. Das glaube ich nicht, dass der besiegt ist. Bist du dir sicher? Er ging darauf zu und sah, dass der Schneesturm aus irgendeinem Grund von einer kleinen Aue in der Tundra auszugehen schien. Oh. Der wird doch sicherlich nicht tot sein. Haha, Dominus. Alter, muss ich das... Muss ich ihr das echt sagen, wenn sie sich hinlegen soll? Ja. Scheinbar. Muss ich ihr sagen, dass sie da hüpfen soll? Scheinbar nicht. Na, komm. Du blöder Schneesturm. Oh. Ich spiele jetzt die Nuss, ey. Gerade so, dass die da nicht runtergefallen ist, ne? What the fuck, was das? Oh, was? Ein Eisriese? Ah, eine Dechsel. Ja, klar. Ja. Soll ich auf ihn zu gehen? Komm, machen wir mal. Natürlich sagt er das, so wie immer. Aber den Aufzug bitte, danke schön. Halt, warte. Oh, sie kann auch rüberhüpfen. Nice. Bringt nur nix. Komm wieder rüber. Das kleine bisschen reicht. Ah, mit Hilfe, ja. Ah, und da kann ich jetzt durchschießen, ja? Tatsache. Und das bringt mir was? Ah, ein Taxi. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommt sie an das Taxi? Oh. Sag nicht, die kann sich an diesen Lamellendingern festhalten wie bei einer Leiter. Tatsache. Ah, Fuchs. Du bist schuld, Fuchs. Wieso kommst du denn da runtergeschossen, ey? Okay, bevor ich jetzt hier dann rüberjump, Fuchs hol das Scheißding runter. Das ist es hier sinnbildlich für die ganze Folge. Echt mal, ey. Okay, hier geht Wind nach rechts, geht auch einer nach links. Jupp. Ah, geht doch. Okay, einer noch. Oh. Den habe ich zu spät gesehen. Ich dachte mir schon, das kann doch nicht so weit rüber gehen. Ich habe so ein bisschen ekelhaft, oder? Aber das wäre schon die richtige Richtung gewesen. Und nun? Ja. Und nun? No. 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 Nice. Uff. Kann ich jetzt auf seinen Arm klettern? Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Macht's gut, bis dann. Ciao.